Hier, ich hab hier was zu essen für dich. Wenn du mich schlägst. Du! Dann... Ciao! Hallo und herzlich willkommen zu diesem Gameplay, Let's Play, wie auch immer. Haut. Haut. Von... Von dem Part... Drei. Okay, mit dieses Mal mit Abercrafter, nicht mit Gaming-Bass. Sondern mit Jakob. Und Gaming-Bass im Hintergrund. Ja, Käsekopf 3. Ja, Käsekopf 3 ist einfach nur mal zu Gast. Ja, ich heiße auch Jakob. Ja, Jakob, was auch immer. Ich folge dir jetzt, wenn du scheiße brauchst. So, doch auch, doch ich hier nicht mal Holz abbauen. Hier gibt's eine Menge an Holz. Wieso gehst du da ganz nach dahin? Weil ich mich wieder verfolge. Ich will auch ein Privatleben. Ich hab mal hier Dings. Wie heißt das? Eine mit Robberstick, die wir sehen wollen wir. Und danach müssen wir noch mal in die Schlucht gehen, um noch mal Scheiße füllen. Nein, nicht in die Schlucht. Nein, nein. Nein, in der anderen Sache. Ja. Boah, bist du eigentlich blöd oder so? Wegen dir lecktes bei mir wieder so. Alex, hast du überhaupt deine Aufnahme gestartet? Ja, hab ich. Gut. Also wir haben hier so Profis am Werk. Ähä. Ähä. Jakob. Ja, wieso denn? Ich mach nichts. Ich geh mich nur immer. Oh, nun. Soll ich schon mal eine... Ah, stimmt. Wir brauchen hier noch, äh, wieder Wolle bei mir. Bin ich jetzt eigentlich im Internet? Ja, bist du mein... Brauch ich einfach Leute grüßen. Wen? Dann möchte ich meine Oma grüßen, meine Mama und all die GameRicks auf YouTube. Du, Mongo, wegen dir wird unser Video wieder gesperrt, du Arsch. Ja, gemeldet. Ich mach da jetzt, ich mach da so einen Piepton rein. Ja, ja, weil es wurde, ähm, keine Person, also kein Alex, wurde von keiner bestimmten X-Personen, also ich nenne die Person jetzt einfach mal X wie Mathe, Person X hat Person A jetzt nicht gemeldet, oder so, wegen so einem Video, nein, war auch gar nicht ein Adjobs-Video. Also Jakob, nur zur Information, das letzte Mal haben wir gegebenenfalls gesagt, um den Namen nicht zu nennen, da kannst du auch nachgucken, also ich will den... Oh, eine Spinne, oh. Ich will den jetzt nicht beleidigen, aber Alex, du weißt, wie wir ihn genannt haben, um ihn nicht zu beleidigen. Person X. Ja, Person X, weiß doch, wie der... Ja, und ich wollte jetzt noch ein paar Leute grüßen, also, die Anna muss ich grüßen, dann noch die Chucky will ich auch noch hier grüßen, ganz herzlich. Nicht so vergessen den Pädophilip hier, und Hashtag Wahl auch. Äh, und, ja, die ganz... äh, äh, sag dem jetzt mal, sag dem jetzt mal wieder heil. An besonders, an besonders, an besonders, muss ich Anna, an besonders, muss ich Anna grüßen. Ja, ja. Äh, so, Anna, grüßt, Punkt, fertig. Äh, ding, Alex, sag dem jetzt mal, wie endlich diese Person X, wie ihn genannt haben, ich nenne es jetzt nicht, weil sonst ist ja wieder von mir bereit. Ja, was Lagen schon, du. Hat einfach dein Mord, dumm. Äh, wieso nicht so schlucht und fahren wieder irgendeine Scheiße? Muss das sein? Ja, nein. Such mal in eure... Ich hab richtig viel Holz. Das ist das irgendwie Müll. Was bringt das Great Wood Lock? Also, ich bin hier volle Experte, wie es geht. Ja, das kann ich damit machen. Ich hab so ein Stück davon. Boah, wo seid ihr? Wie macht man sich eine Angel? Habt ihr jemand Seide? Sollen wir uns dann gleich Rüstung schon machen, oder noch nicht? Oh, Scheiße, da kommen schon die ersten Creeper. Oh Gott. Ja, alles, ja. Ja, alles mal wieder mir, gell? Hey, ich hab meinen Kopf gefunden. Der muss als Trophäe übersetzen. Das ist meine Kiste. Ich hab extra draufgeschrieben. Alex Kiste. Ja, da sind wir noch nicht drauf, nicht zu nehmen. Du weißt, wie der Bandbefehl geht, gell? Ja. Ich weiß nicht. Slashed. Slashed Leaf. Ja, ja. Mein Kopf hängt jetzt über dem Huhn. Das ist eine Ehre. Das ist Mr. Long Chicken. Er muss geehrt werden. Für immer. Und eh, wie er jetzt ist er schon tut. Ich weiß nicht. Long? Long ganz und ganz schweigsam. Ah, da kommt das Traum. Verschweigsam. Sau, jetzt kommt er. Ich leuchte mal in unsere Gegend aus. What the fuck? Da kommt ein Creeper. Aufpassen, 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 aufpassen. Scheiße, man. Das Gelächte. Ich stöte dir. Da kommen zwei Creeper. Ich töte sie mit der Hand. Nimm mein Zeug. Ich opf mich. Was haben wir? Haben wir noch Wolle oder Seine? Hilf mir, kommt so ein Creeper. Hilf mir. Nein, eben nicht. Deshalb sage ich, wenn du Bettnickstum noch. Hilf mir, kommt so ein Creeper. Hilf mir. Hilf mir. Ah, ich bin ins Loch gefallen. Geil, diesen gar nicht auf mich fixiert. Ja, alle auf mich. Was ist dein Ernst, Long? Sorry. Ja. Warte. Ähm. Äh, was brauche ich jetzt? Eisen, hab ich vier Holz. Ich hab fast zwei Stacks. Ich mach ne Work, Mensch, obwohl ich schon eine hab. Ich hab vollidiot. Ja, du bist ein vollidiot. Das stimmt schon. Ich brauch auch Essen. Ohne Angel. Oh, jetzt ist ein Skelett. Ein Zeug. Noch Creeper. Es ist so viel Maus. Wir wissen ja, mein Schein ausleucht. Wenn jemand eine Spinne sieht, dann gibt's die Bitte, dann geht ihr das Seil. Junge, nicht meine Kiste griefen. Ich brauche einen griefen, ein String. Das ist nett, man hat auch griefen, lorgen. Griefen. Eine Seite, glaube ich. Haben wir doch irgendwie Wolle. Ich hab jetzt ne Ahnung, das habe ich ja gesagt. Cheese, lefst du mal kurz. Was, das bin ich jetzt wieder? Nein. Dass wir ja einen Tag machen können mit Penn. Nein, wir spielen es hier richtig, wenn es schon euer gigantisches Projekt hier ist. Oh, okay. wir brauchen auf jeden Fall eine neue Schlucht ja alle hacken sich hier durch und so jetzt ist da ein Befehl drauf mein Gott muss man es bei dir immer so machen oder was ich gehe mal Mops farmen und eine neue Schlucht suchen Mops farmen ja Mops farmen Hashtag mal ich folge dir mal falls dir irgendwas folgt wir lassen den Käsekopf jetzt mal alleine aber wenn das scheiße braucht ich würde ich kick versorgen weil hier wird sich als ein riesiger Kratzer sein so ein Atomreaktor da ist ein Creeper der auf mich schissiert ist meep könnt ihr stellen wie es zensieren also könnt ihr so schwarze Balken einblenden nein das machen wir nicht nur weil du jetzt um den Scheiß ja hm hm ich bin einfach fast tot ich bin Gold LRG 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 ich habe die Handlung ich habe auch eine LRG wieso ist es auf alle wieso leuchten die blätter was für die sein was für ein kreppel scheiße jetzt habe ich ich brauche was zu essen zum glück habe ich noch ein hühnchen und aber alles nur roh nein das reicht nicht ich bin bei mir auch nicht ich gehe zurück ich gehe zurück ich bin auch also ich gehe mal nach hinten und ein paar tiere die ich auf dem weg finden du machst ich auch zurück gefug alte eine spinne zwei blaue zogen ein blauer zogen wie noch eine spinne und ein normaler zogen ja jetzt gehen ja noch nicht die kunden scheiße 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 drei herzen zwei und gestorben ja ich möchte halt Rüstung machen wenn ich mich umsonst kann sein also ich gebe noch ein bisschen zurück damit ich meine Sachen wieder bekommen städtisch hr 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 nicht er steigern und von skelett verfolgt ich hab nichts mehr zu essen ich habe es also es herz ist immer noch dass ihr herz der kirchner zu bekommen was ist doch nun er meine ich muss man nutzen ein blauer zombie und ich hab keine waffe fuk und ein ich hab doch ich habe eine waffe die macht der eier die macht der eier die geht es die will ich auch wie heißt die ich hab meine ganzen sachen wieder mongo hey ja dank der power der eier er sei mal wie machen wir die waffe die eier schießt es gibt keine waffe die eier schießt bist du behältet die eier hühner eier ich hab mal genäht an du hey guck mal der zubi sieht süß aus der rote augen nicht angenehm mal hallo zum jahr zum osterhof ich hab zwei ich habe zwei steaks ich habe so wie gerne guck mal guck mal den fett und guckmann will ich ja der leine habe ich möchte eine neue freundin vorstellen zum bienen ja das ist meine neue freundin zu uns bis eigentlich behindert oder so ja ich habe ich habe ich habe wieder abgestaubt da ich habe irgendwas für euch ich bin ich habe das hühnchen getötet ich mache uns mal kurz gebraten hühnchen noch mal eins also wer braucht was zu essen geht uns also ein steaks für dich ein steaks für mich und nicht zu schießt nein komm halt her mein gott du bist ja mein liebes durchschnittlich ich habe nur zwei flexi und einmal sieht es normal und ich habe noch eins wie viel springs braucht man für eine andere zwei ich habe schon der angel ich habe nur das hier ist das tote Huhn da ist ja wieder eins ich habe ein shopping gemacht ich habe genug seite für noch mal ein Wettbewerb ich gehe auf Angeltournee ok ich sage er ist es ab ich habe jetzt das war eine geteilt alles ein Ei tschüss ich gehe jetzt angeln ich gehe jetzt angeln ich gehe doch an den Verlauf wir müssen pennen ach so ist so ich sage auch mal ein Ei Daniel Deine Ernst jetzt kommt wir gehen jetzt alle kennen oder was ja okay ich bin hier so ein Bruder in einem neuen Kanzler zwei Erdniss an die Städte da machen ich kann nicht ich auch die soll jetzt schnell noch mal Prozent warum gehen oder Ja, ich hab noch Knochen. Achtet ihr schon auf die Zeit? Jaja, vielleicht. Also, ich hab noch einen Knochen. Ich lass jetzt den Flachschung erwachsen, nämlich auf zweiter Stufe wechselst du dann natürlich. Also, nur einmal das obere, wenn Flachs abfällt. Ich angel jetzt auf den Flachschung. Also, ich geh ein bisschen Essen sammeln. Ja. Und was macht ihr? Ich angel gerade auf den Szenen, fahr mit meinem Motorboot rum. Oh, also, es kann nur, dass ich gerade bin nicht. Als, meins, was ist deins? Deine Mutter. Deine Mutter. Ja, ich weiß. Also, Daniel, rede doch einfach hier. Jetzt hab ich dir so NSA-like. Nein, der ist am Handy, du Mongo. Und es leckt bei dem zu sehr. Ach so. Ja, aber wie kann man da am PC schreiben? Am Handy gibt's ne App, weil ich, die heißt die Trado. Was? Nice, Alter. Ich suche ne Höhle und ich versuche, eine zu finden. Oh, ich hab nur ein Schülchen gefunden. Es gibt hier gerade keine Viecher. Ja, es gibt nur richtig viele Mobs. Als ich, eben, ja. Schon wieder Minimum-Shart, was ist denn der Scheiß? Minimum-Shart ist gut. Ja, ich hab schon drei oder vier jetzt. Ja, schmeiß die mal in deine Kiste. Hab ich schon. Lol. Also, ich muss irgendwie... Ich war ja ein Schülchen. Die Held-Taxi war aktiv, ähm, nicht aktiv. Hashtag Heil, Igergeist. Oh nein, hier sind, oh, hier sind Creeper und alles. Ich weiß, da war ich gerade. Äh, kurze Frage. Wer hilft mir kurz beim Farben? Kann ich mir ein Schwert und Früchte machen, bitte? Ja, ich hab alles weggesprägt. Wegen Magnet hab ich alles reingesuppelt. Oh, hecker. Jakob, du hast nicht... Komm jetzt. Doch, ich will anrufen. Jetzt komm mit. Mein Gott, wir brauchen was. Also, ich möchte meine Mama grüßen, meine Oma. Ist das jetzt im Internet? Ist das live? Ich renne doch hinterher, also. Gut. Oh, Daniel, du hast eine Reaktion hier, also wie so ein Hund. Alter, ich kann nicht... Ich wollte fragen, ob ich mal die Eis nehmen darf. Ein Ei. Ich will das Ei. Die Antwort lautet nein. 100 Euro. Oh, du. Du bist so ein Aslak. Boah, ich schlack dir an, ich will einen Aslak, hab mich wegen dir. Kippe, ihr Schweine. Ich habe nicht mein Schwert, ihr wollt mir keins geben. Läubisches, was die. Schamme, Schweine. Schamme, so viel wie möglich essen. Schweine, Hühnchen, egal was. Was ist denn mit Reis? Guck mal, deinem scheiß Rassismus. Dagegen müssen wir echt mal was unternehmen. Ich würde mal sagen, wir sind auch schon recht weit. Also, guck mal, ich kann auf dem Land mit dem Boot fahren, und schau mir mal das zugucken. Ah, ich habe ein, ich habe ein Schwaner-Lafon. Nein, die Schweinebräck nach der Park. Ich habe ein Tony. Scheiß, ich war hier. Und ein bisschen scheiße. Nun, 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 nun. Und ich muss mich immer wieder dabei, wenn du die ganze Zeit um den Scheiß singst. Und nur reinlaube. So, ich habe jetzt ein bisschen Schweinefleisch. Wenn du Schweine siehst, dann lockst du halt irgendwie zu. Alter, ich habe so übelst derbe Hunger. Wie lange läuft unsere Aufnahme eigentlich schon? Machen wir noch zwei mehr. Ja, und dann cutten wir. Am liebsten würde ich einfach noch... Und dann lade die ist direkt hoch. Nachricht dann. Ja, denn die soll behindert, dass wir nicht mehr aufnehmen können. Nur bei Daneben ist es nicht möglich. Ja, eigentlich ist das schon scheiße, wenn der sagt, was eigentlich bin ich auch einfach gegangen. Ja, eben. Das ist voll assig. Mindestaufnahme sind einfach zu zweit. Man muss ja auch nicht übertrieben, Philo. Ja, eben. Aber ich würde halt gern nochmal was aufnehmen, weil ich die ganze Woche dann gar nicht mehr. Ja, ich habe echt ein Fach auf. Ja, wir können ja im Voraus jetzt was produzieren bei dir. Und dann klappt es dann auch tagweise. Müssen wir eigentlich. Ich muss das von Daniel und das erste, wo wir es angefangen haben... Ich habe keine Sorgen, ich wollte nur gucken. Guck, wie du schon wieder reingedet. Ich guck, du... Ja, weil du wieder... Oh, ja. Das ist echt schlimm mit dir. Ich habe, äh... Flux, Seeds und Seeds. Und das hier muss ich immer an mich erinnern. Dieses Denkmal mit dem Huhn-Baby hier drin. Äh, Flux. Ist mit mir. Warte mal, geht hier. Slash Spawn. Ich habe nur Flux. Nein, das hackt doch nicht. Ah, nur auf Spawn-Ford habe ich. Achso, ich hatte ihn mit. Also, ähm, ich gehe dann kurz zu schnell, weil ich Hunger habe. Er töte zu schnell. T, ähm, bloß töte mich. Nein, ich meine Long, weil du ein Schwert hast. Ich will. Ich bin der Abstauber hier. Warum Long, soll ich jetzt nicht aufkommen? Ja, 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 ja. Nein, ich hoffe, ich habe 16 Level. Halbes Herz. Halbes Herz. Hier, ich habe hier was zu essen für dich. Wenn du mich schlägst. Du! Du! Das muss ich als Intro schneiden. Nein! So! Du fliegst! So, gewann. Mann, ihr seid hohe und südisch. Ja.